Ja, moin zusammen, ich bin's wieder daheim und heute spiele ich wieder LS-15. Ja, und zwar habe ich ein schönes, großes Feld gefunden, wo wir jetzt wirklich mit den Mais-Hexen beginnen können. Und zwar werde ich den Mais-Hexler fahren und werde einige Abfaller auf die Reihe bringen. Also wir haben ja jetzt vorhin im letzten Teil die BGA-Kurse eingefahren. Und jetzt werden wir die Strecke zur BGA einfahren. Wird jetzt vielleicht etwas langweilig, aber erstmal fahre ich jetzt zu dem Feld. Ja, warte, ihr seht irgendwie schön aus von innen, ne? Ah, die Jungs sollen ja alleine fahren. So, hm, 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 schon mal so ein bisschen zurück. Ich muss mal ein bisschen gerade fahren. Und jetzt runter. Ja, das wird dann jetzt auch ein langweiliger Teil, weil wir jetzt die Abfahrtschrecke einfahren. Ja, aber ich glaube, so weit ist es auch nicht. Ja, das ist auch nicht so ein super wie, äh, ein super, darf ich mich jetzt nicht erlösen. So, hm. Ich solle Knicklenkung oder wie sieht das nicht? Das ist sehr unbewusst. So, hm. Ich hoffe, es wird hier rein. Ich hoffe, es wird hier rein. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann starten wir einfach mal. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten hier dicht am Feldrand liegen. Hier soll er sterben. Kursaufzeichnung beginnen. Und dann fahren wir jetzt mal schön ordentlich das Fenster wieder zumachen. Weit von dem Straßenmitte weg, weil hier auch andere Traktoren fahren werden. Ich bin gerade an der Tür. Ich bin gerade an der Tür. Ich bin gerade an der Tür. Nee, das war eine Scheiß-Idee mit den Kurs. Mit diesen vier BGA-Kursen, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Kann ich die jetzt ändern? Ja, die werde ich löschen. Ach, jetzt hat er den Gangs auch gelöscht. Ah, ist egal. Nochmal. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Nee, das war jetzt nicht so wie ich mir das vorgeschnitten habe. Also nochmal. Mein Weizen ist voll. Muss ich jetzt da hin, du merkst. Da da da. Wo bist denn du, Alter? Auf was für ein Feld bist du dann wieder unterwegs? Meine Fresse. Ach, Entschuldigung, bist du ja gerade ausgefahren? Er kann nichts dafür, er kann nichts dafür. Glaub ich. Oder doch. Ich guck hier mal. Ich befürchte für Ada. Gott, die Feldgrenze war ein bisschen dicht. Vielleicht bist du ja. Naja, gut, kann man nichts dafür. Ist halt so. Ist halt so. Ich sag mal nicht sein. So, hier geht es weiter. Wieder zurück zum Maisacker. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da ist schon gerade rüber. Schön gerade rüber. Das geht doch. Einmal durch die BGA. Mittlich. Und wieder rum, diese Olga. Und wieder rum. Und wieder rüber. Und wieder rüber. Und wieder rüber. Und wieder rüber. Und dann wird wir im nächsten Teil einfach. Und wieder rüber. Einmal weiter rüber. Yes. Sehr gut. Unser Mähdreiter steht auch schon wieder. Nein, steht nicht. Entschuldigung. Ah, guck mal. grey rüber. Wanderer. 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 Wie geht es. Hötergericht wird하세요. Komm. Mit. Wanderer. Hier gibt es ja keine Kolise. Das kann hier zum Beispiel knapp gewesen sein, wenn da gerade da an der Vollzug steht, der uns entgegen kommt. Müssen wir mal gucken. Die Brotten sind sehr schön, aber nicht so. Wenn ich jetzt mal die Brotten, dann kann ich die Strecke gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020